Ich habe vor drei Jahren mit Fußball angefangen. Wir suchen den besten Straßenfußballer Deutschlands. Alex Birnitsch, Tusken, Kredingen. Vor drei Jahren wollte ich ein Fremsportler werden, wegen meinem Vater, weil der selber acht Jahre Erfroxen war. Oh, der ist schnell. Der ist schnell. Der ist schnell. Was ist sein Geheimnis? Meine Schnelligkeit und meine Arressivität, das ist, glaube ich, meine Stärke. Oh, oh, genau so was wollen wir sehen. Oh, 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 oh.